Kinderchen! Essen fassen! Komm, komm, komm! Alle Schwänzchen in der Höhe. Mehr oder weniger. Das ist ein Einzelnen. Das ist ein Einzelnen. Und jetzt wird es ein Einzelnen. Das ist ein Einzelnen. Das ist ein Einzelnen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und die dann auch noch draufbleiben, wenn sie schon mit dem Futtern fertig sind, sich oftmals genau an die Ecke stellen, die am heftigsten wackelt, wo sie dann schön in den Knien federn können. Für alle, die die deutsche Musik der 70er Jahre machen, wenn die geläufig ist. Rosie, ab. Dankeschön. Der machte Spaß. Ja, da findet es auch nicht blöd. Oh, sie füttert doch noch mal, die Selle. Du bist auf die Zwei-Fuß-Taktik gewechselt. Du wirst ja wohl nicht sagen, mit der leichten Made da in der Ecke, dass das schwierig wäre. Seppi, hat dich das Brett gezwickt? Sein böses Brett, ne? Wenn man mit der Nase zu nah rangeht, dann zwickt das. Das Böses Brett, meine 2.0, oh. Sie fielen? Die Ecke, also 5.0. Sie sind wohl nicht schäuert, wenn man mit der Nase zu weinen. Ich bin ein bisschen schäuert, wenn man mit der Nase zu verleten hat. Dann warst du ja noch nicht die Ecke. Sie waren alle, hier aber nicht alle, ich bin sie hier. Sie sind ja auch nicht in der Mitte. Bier. Das war's für heute. Ich würde sagen, Kira war last woman standing, also da kommt noch mal was, zu steigen lassen. Oh wei, Kira, jetzt nimmt der dir deinen Titel weg. Na gut, war's der Seppi.